Musik 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 Ich wette ich baue hier gleich alles nochmal auf, weil ich von dort hin nochmal komme Musik 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 Danke. Danke. Okay. Ja. Ja. Ich muss es jetzt wissen, ey. Ich muss es jetzt eigentlich voll hart wissen jetzt. Jetzt. Jetzt muss es wissen, ey. Ein einziger? Nein. Kies abbauen? Ja. Alter. 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 Oh mein Gott. Alter. Ich werde sowas von sterben. Ich werde sowas von sterben. Dicker. Ohne Scheiß. Mal jetzt. Ohne Scheiß. Ist das normal? Mal. Ich weiß, dass hier mehr Erze aufkommen in diesem Modpack. Aber. Komm schon, ey. Es ist doch. Alter. Es ist doch nur noch krank. Krass. Alter, da ist wieder eins. Alter Scheiße. Ohne Scheiße. Okay, da ist das Ende. Ich muss jetzt. Schön einmal aus. Alter. Alter. Okay. Sie dürfen abbauen. Ups. Habe ich das jetzt abgebaut? Ja. Okay, man kann also auch das dann abbauen. Ähm. Das ist gut. Das ist auch gut. Das ist auch gut. So okay, ne? Ähm. Sieben Diamanten ist vollkommen ist okay, ne? Ja, was sagst du jetzt, Rechner? Es ist heute Ende. Im Gelände. Mit deinen Aufgaben. Oder bist du schon zu überfordert? Oder geht's noch? Ah, geht wieder. Kurz dachte ich, es wäre heute zu Ende. Aber. Nein. Er lässt sich nicht lumpen. Und gibt alles. Endsport. Alter. So viel Lack muss man einfach nur haben, ey. Oh, der Scheiß. Danke. Ich... Ich lerne das wirklich zu schätzen, ey. Das ist so geil. Was ich hier gerade alles an Ärztinnen kriege, das ist schon echt Hammer. Wiedereisen. Mega. Danke. Oh, der Witz. Das ist traumhaft. Das ist echt einfach nur göttlich. So. Gib mir hier Fackel. So. Nicht vergessen, hier will ich noch Stripmine machen. Also... Wenn ich Glück habe, hole ich hier sehr viel Erz ans Tageslicht. Wenn ich den richtigen Gang erwische. So. Okay. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Jetzt gehe ich erstmal wieder hoch an die... Da ist es wieder. Da ist es wieder. Da ist wieder so ein... Großer, hängender... Frame irgendwo. Aber ich hoffe, der kann sich auch gleich wieder beheben. Yeah. Hat er. Für mich ist jetzt hier unten Ende. Ich verpiesel mich jetzt nach oben. Und sehe, ich muss Treppen machen. Habe ich Holz dabei? Nein, habe ich nicht. Gut. Dann dackeln wir jetzt nach oben. Dackel, dackel, wackel, dackel. So. Das erste, was ich jetzt mache. Was ich auf jeden Fall jetzt mache. Wo mich niemand dran hindern kann, ist Treppen zu machen. Und diesen verdammten Gang schön zu vollenden. Aber bevor ich dort weiterführe, will ich jetzt erstmal kurz... Ich hoffe, das ist verständlich. So alles wichtige safen. Einen Stack. Alter, einen fucking Stack habe ich. Krass. Ja, wenn es weiter so öfters ruckelt, dann weiß ich nicht, ob ich diese Aufnahme hier weiter fortführen kann. Das wäre natürlich sehr schade, denn ich habe übertrieben Lust gerade. Es wäre natürlich sehr schade, dass wir mal nicht hoffen. Ähm. 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 Ja, müsste eigentlich aufpassen. Wenn nicht beendige ich auch gleich. Ändere ich halt den Plan um. Und mache morgen die Aufnahme weiter. Später. Ach, die Yacht. Die Yacht. Äh. Die Nacht. Juckt mich jetzt gerade nicht. Ich baue jetzt hier noch die Treppe zähne. Müsste es auch gerade so sein. Die Zeit. Ja. 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 ich eigentlich erzählen in der Realität ist es nicht leicht gut das weiß glaube ich fast jeder was gibt es noch zu erzählen was ist so passiert jetzt ja doch ich habe begriffen wie Programme funktionieren das ist echt total super ich habe es endlich gecheckt nach so vielen Jahren haben wir es ja gleich geschafft war klar so haben wir es fertig komplette Treppe so und jetzt wird es auch schneller gehen hoch und runter zu rennen 5 Minuten habe ich noch öffne mir nicht diese Tür so wir gehen uns jetzt hinlegen jetzt muss der Pole mal gerade kurz überlegen der hat das gemacht genau der hat es so gemacht das heißt okay gut was sind denn genau passt alles super ja also was haben wir jetzt geschafft wir haben ein Mace Rater wir haben ein Extractor und wir haben ein Electric Furnace Furnace wir haben wir haben wir sind fahren wir haben okay das kann ich jetzt noch kurz machen Geperde schmeiß rein ab mit dem Gold durch durch mit welchen Richter haben wir hier sogar auch noch Gold rein rein damit okay das heißt wir werden jetzt 40 Gold Barren haben übrigens so rein informell 40 Gold Barren dann kommen wir zwar nicht weit aber immerhin etwas weiter als normal ohne Gold das ist ja auch schon immerhin etwas ja okay ich kann es aber auch verstehen wieso der Rechner jetzt langsam nachgibt weil wenn der jetzt in letzter Zeit wirklich oft dann ist es ja über eine Woche ne sorry fast eine Woche an der Rechner also kann ich schon etwas verstehen wenn er mal im Game meine Aufnahmen während man rendert und schon und hoch lädt sorry äh dass er sowas abkriegt das heißt ich werde dann diese den Rest dieser Aufnahme die ich noch übrig habe äh einen anderen Tag machen beziehungsweise halt morgen für euch keine Ahnung wann das ist wann diese Folge hier online kommt diese Folge müsste rein theoretisch lasst mich überlegen ich hab da ach irgendwann diese Woche auf jeden Fall werdet ihr ja dann sehen wann diese Folge online kommt ich kann mich nicht erinnern welcher Tag das ist ähm muss ich überlegen so so yo yeah läuft läuft gefällt mir ja entwickelt sich schon langsam würde ich sagen hier ne das Haus ich muss noch zwei let's also müssen nicht ich will äh noch zwei let's test hochladen mal gucken wie es wird ob mir das Spiel denn gefällt die Spiele beziehungsweise ob ich mir dann überlegen ob ich sie let's playen soll oder nicht das wird sich ja dann auf jeden Fall rausstellen nach dem let's test oder je nachdem wie ich die Folge dann nenne ob es dann ob da dann im Titel let's test steht oder schon let's play wenn es mir selber gefällt während ich es teste werden wir ja dann wissen ich habe auf jeden Fall null Plan von diesem Spiel oder besser gesagt von den Spielen die da sind ok gut ich würde sagen den Rest des Quatsches lasse ich mal für eine andere Folge denn ich spende jetzt hiermit die Aufnahme und gebe zurück erstens ins Studio nein Spaß ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal haut rein macht es gut ciao ciao